Volvos Flaggschiff der Elektromobilität ist der EX90. Er wird in Amerika produziert. Es wird ihn als 5-Sitzer, 6-Sitzer und 7-Sitzer geben. Und wir hatten die große Chance jetzt im sonnigen Kalifornien das Auto zum ersten Mal zu testen. Und damit herzlich willkommen bei Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Danke Wolfgang und damit auch liebe Grüße aus der Electric Drive-Redaktion direkt vom Schnittplatz. Ihr kennt es, Text von Wolfgang, Videoschnitt von mir, Footage vom Hersteller. Beeindruckendes Fahrverhalten, große Reichweite und jede Menge Platz. Der Volvo EX90 ist ein elektrisch angetriebenes SUV, das den Premium-Anspruch in fast allen Bereichen erfüllt. Als Nachfolger des XC90 ist der EX90 jetzt nach EX30, EX40 und EC40 Volvos viertes Elektromodell. Gebaut wird das SUV im US-Bundesstaat South Carolina. Auf den amerikanischen Highways wirkt das Flaggschiff der Marke alles andere als überdimensioniert. Für europäische Verhältnisse aber ist der Wagen mit einer Länge von 5,04 m, einer Breite mit Außenspiegel von 2,11 m und einer Höhe von 1,74 m schon ein ziemliches Kaliber. Am Steuer des EX90 geraten die stattlichen Außenmaße ebenso wie das Gewicht von 2,8 Tonnen allerdings ganz schnell in Vergessenheit. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit sich der Wagen, in diesem Fall der Twin-Motor AWD, bewegen lässt. Der Twin-Motor AWD ist eine von drei unterschiedlichen Antriebsversionen des EX90, der generell mit 400 Volt Technologie ausgerüstet ist. Einstieg ist der Single-Motor mit Hinterradantrieb, bei dem ein Permanent-Magnetsynchronmotor mit 205 kW, also 279 PS Leistung und 490 Nm Drehmoment verbaut ist. Die Lithium-Ionen-Batterie hat eine Netto-Kapazität von 101 kWh. Bei einem WLTP-Verbrauch von 19,9 kWh auf 100 km soll eine Reichweite von 580 km möglich sein. Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 erfolgt in 8,4 Sekunden. An der Spitze des Angebots steht der Twin-Motor Performance AWD mit einem 180 kW, also 245 PS starken Permanent-Magnetsynchronmotor mit 420 Nm vorn, sowie einem Permanent-Magnet-Elektromotor hinten mit 200 kW, also 272 PS und 490 Nm. Der Akku hat hier eine Netto-Kapazität von 107 kWh, was bei einem WLTP-Verbrauch von 22 kWh auf 100 km zu einer Reichweite von 470 km führen soll. Der Standard-Sprint gelingt in 4,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt wie bei allen anderen Varianten bei 180 km pro Stunde. Geladen werden kann der Akku an der Schnellladesäule mit bis zu 250 kW, die kleinere Batterie mit bis zu 235 kW und mit 11 kW über den Onboard-Lader an der Wallbox. Beim DC-Laden dauert es 30 Minuten, um den Akku von 10 auf 80% mit neuer Energie zu versorgen. An der Wallbox muss mit 10 Stunden kalkuliert werden. Wir waren auf unserer Testfahrt mit dem Twin-Motor AWD unterwegs. Dem hat Volvo einen Permanent-Magnetsynchronmotor vorne mit 173 kW, also 235 PS und 420 Nm, sowie ein Permanent-Magnet-Elektromotor hinten mit 127 kW, also 173 PS und 350 Nm, verpasst. Verbrauch und Reichweite sind in Angaben zufolge mit dem Spitzenmodell identisch. In der Praxis zeigt sich, dass zumindest auf den stark befahrenen US-Highways mit vielen Tempolimits sowie im dichten Verkehrsgefühl der Cities die Realverbräuche ganz nahe an die WLTP-Werte kommen. Wir haben auf unseren insgesamt knapp 300 km einen Durchschnittswert von 22,1 kWh auf 100 km erfahren, das ist für ein Auto dieser Größenordnung und Gewichtsklasse absolut beachtlich. Antritt und Durchzug sind naturgemäß bei einem Elektrofahrzeug einfach bestens. Dazu kommt beim EX90 eine Fahrwerksabstimmung, die keinerlei Kritik aufkommen lässt. Ob schlechte Straßen, Querrillen oder Bodenwellen, das SUV passiert alles souverän. Hilfreich dabei ist die adaptive Luftfederung, die optional für die Ausstattungslinien Plus und Ultra angeboten wird und im von uns gefahrenen Fahrzeug verbaut war. Die sportliche Fahrt auf kurvenreicher Bergpassage meistert das Schwergewicht mit seiner hinterradbetonten Abstimmung des Allradantriebs ebenfalls bravourös. Die Karosserie zeigt keinerlei Wankneigung. Zudem folgt der Wagen präzise, jeder Lenkanweisung bleibt exakt in der vorgegebenen Spur. Wer mag und den höheren Verbrauch dann akzeptiert, kann es also auch mal so richtig fliegen lassen. Die Passagiere reisen dabei auf alle Fälle jederzeit bequem auf gut gepolsterten Sitzen und dürfen sich über ein riesiges Platzangebot freuen. Das gilt selbst dann, wenn der EX90 als Siebensitzer genutzt wird. Da die Sitze der zweiten Reihe einzeln in der Länge zu verschieben sind, reicht das Platzangebot dahinter bei Bedarf auch für zwei Personen mit einer Körpergröße von 1,84 Meter aus. Auch, weil die Füße unter das davorliegende Gestühl geschoben werden können. Natürlich sind Kopf- und Beinfreiheit ganz hinten eingeschränkt, sodass die längere Reise so nicht empfohlen wird. Und die dritte Reihe ist für Kinder auch leichter zu erreichen. In Reihe 2 aber ist das Raumangebot ebenso mehr als üppig wie auf den beiden vorderen Plätzen. Sämtliche Sitzmöbel sind statt mit Leder mit dem von Volvo entwickelten und sehr angenehmen Alternativstoff Nordico bezogen. Auch ansonsten kommen nach Volvo-Angaben überwiegend nachhaltige Materialien zum Einsatz. Das gilt für die Türinnenverkleidung und den Armaturenträger. Der wird dominiert von einem 14,5 Zoll großen neuen rahmenlosen Touchscreen. Darüber können unter anderem Navigation, Android-Infotainment, Klimatisierung, Fahrzeug-Apps, Parkkameras und weitere Assistenzfunktionen gesteuert werden. Ausschließlich dort und damit sind wir auch beim einzigen echten Kritikpunkt am EX90. Denn ebenfalls nur über den Screen lassen sich in mehreren Schritten die Bedienfunktionen für das Verstellen der Außenspiegel und des Lenkrads aktivieren. Wir kennen das so schon von NIO. Die eigentliche Einstellung erfolgt dann über Knöpfe am Lenkrad. Während der Fahrt ist das so gut wie gar nicht zu machen. Erstens ist es mühsam, zum anderen ist die Ablenkung vom Straßenverkehr in dieser Zeit groß und damit gefährlich. Über einen großen Bedienknopf auf der Mittelkonsole lässt sich aber die Lautstärke des Infotainmentsystems manuell regeln. Lobenswert ebenfalls, dass anders als beim EX30 direkt hinter dem Steuer ein 8 Zoll großes freistehendes digitale Instrumentenanzeige platziert wurde. Wichtige Fahrinformationen liegen so im direkten Sichtfeld von Man oder Frau hinterm Lenkrad. Zudem werden wichtige Infos per Head-Up-Display Serie für Plus und Ultra im direkten Sichtfeld des Fahrers auf der Windschutzscheibe angezeigt. Das hochauflösende Display ist viermal größer als das des Volvo EX90. Von ganz vorne noch einmal nach ganz hinten und damit zum Kofferraum. Hinter der dritten Sitzreihe stehen noch 324 Liter zur Verfügung. Hinter der zweiten Reihe sind es 669. Werden alle Lehnen vorgeklappt, entsteht eine komplett ebene Fläche und das Ladevolumen steigt auf maximal 1955 Liter. Höchsten 611 Kilogramm dürfen zugeladen werden. Wird der EX90 als Zugmaschine eingesetzt, dürfen 2,2 Tonnen bei den Allradlern und 1,2 Tonnen beim Basismodell an den Haken genommen werden. Die Stützlast von 100 Kilogramm erlaubt die Mitnahme von drei Fahrrädern oder zwei E-Bikes. Die Dachlast beträgt ebenfalls 100 Kilogramm. Ins Auge fallen beim Blick auf den Volvo EX90 die dank des Radstands von 2,99 Meter kurzen Überhänge. Die weich gezeichnete Front mit der typischen TORS Hammer, Lichtgrafik sowie dem geschlossenen Kühlergrill, die glatten Flanken und das steil abfallende Heck sind nicht nur optisch gelungen, sondern tragen zudem zu einer guten Aerodynamik bei. Der CW-Wert liegt bei beachtlichen 0,29. Auffällig aber vor allem auch der sogenannte LIDAR-Sensor, Light Detection and Ranging, der mittig oberhalb der Frontscheibe in das Dach integriert ist. Diese Technik nutzt Licht in Form eines Impulslasers, um Entfernungen mit hoher Präzision und Genauigkeit zu messen. Dadurch lassen sich Gefahren früher erkennen, was einen großen Unterschied für die Sicherheit macht. Untersuchungen zeigen, dass sich mit LIDAR-Technik an Bord die Zahl der Unfälle mit Todesopfer und Schwerverletzten um bis zu 20% senken lassen, während Kollisionen insgesamt um bis zu 9% verringert werden können, heißt es bei Volvo. Der unsichtbare Schutzschild deckt den Angaben zufolge demzufolge aber nicht nur die äußere Umgebung des Fahrzeugs ab. Weil viele Unfälle auf Fehlverhalten und Unaufmerksamkeit des Fahrers zurückzuführen sind, können spezielle Sensoren und Kameras, unterstützt von eigenentwickelten Algorithmen, registrieren und messen, mit welcher Konzentration der Fahrer auf die Straße schaut. Dadurch erkennt der Wagen, wenn der Fahrer abgelenkt, müde oder unaufmerksam ist, und zwar mit einer Genauigkeit, wie sie bisher in einem Volvo nicht möglich war, sagte ein Sprecher. Derzeit sammelt der LIDAR-Sensor allerdings lediglich Daten, ist also noch nicht sicherheitsrelevant aktiv. Spätestens im Frühjahr erfolgte bei einem Software-Update over the Air die Aktivierung des Sensors. Selbstverständlich ist der EX90 mit einer Vielzahl von Assistenzsystemen ausgestattet und die Navigation rechnet bei der Reiseplanung die notwendigen Ladepausen ein. Das gemeinsam mit Google entwickelte Infotainment-System umfasst den Karten- und Navigationsdienst Google Maps, die Spracherkennung Google Assistant, Apps und Services von Drittanbietern sowie speziell für Elektrofahrzeuge entwickelte Funktionen. Der Einstieg in die Welt des Volvo EX90 kostet 83.700 Euro, der Twin-Motor ABD startet mit 91.700 Euro. Für den Performance müssen mindestens 96.800 Euro investiert werden. Premium hat halt seinen Preis und wir geben zurück ganz premiumhaft zu unserem Wolfgang. So, und wir sind zurück von der ersten Testfahrt mit dem Volvo EX90. Man muss schon sagen, das Auto ist zwar sehr groß, aber es fährt sich richtig, richtig gut. Das Fahrwerk ist gut. Es ist vom Verbrauch her einigermaßen in Ordnung für so ein großes Auto. Und hier in Amerika fällt er auch von der Größe gar nicht auf. Jetzt sind wir aber auf eure Meinung gespannt. Schreibt es uns in die Kommentare und gebt uns ein Like. Und wenn ihr den noch nicht gemacht habt, wie immer würden wir uns natürlich über ein Abo auch sehr freuen.